Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play XCOM 2 War of the Chosen. Weiter geht es. So, was mache ich jetzt weiter? Ich habe die Blendgranate noch. Okay. So, was mache ich jetzt? Es wäre so einfach. Schön, dich zu sehen, Schwester. Monster, zügelt euch. Oder ihr werdet gezügelt. Nein, wir alle drei, wir wurden gerufen. Etwas hat sich geändert. Da sind wir uns einig. Das Schlachtfeld hat sich gewandelt. Unsere Meister brauchen uns. Erneut. Klingt für mich, als hätten sie Angst. Du magst es, dies Lord mit Verleumdungen zu schenken? Ja, ich wage es. Die Unterdrückung aller, die sich unseren Plänen in den Weg stellen. Unsere Kinder. Jedes von euch besitzt unsere Stärke und unsere Weisheit. All unsere Geschöpfe sind wahrlich gesegnet. Die Unterdrückung aller, die sich unseren Plänen in den Weg stellen. Wir waren zufrieden. Bis jetzt. Unser größter Vorteil ging verloren. Er wurde uns gestorben. Trotz eurer Stärke. Wir sind enttäuscht. Und was ist mit eurer Stärke? Aber ganz. Trotz. Du warst viel zu lange bei den Menschen. Du wurdest korribiert. Du bist wertlos. Vielleicht kannst du aber auch erlöst werden. Vielleicht könnt ihr alle erlöst werden. Eine große Schlacht steht bevor. Unsere Zeit auf dieser Welt endet bald. Doch wir müssen sie bei unserer Abreise nicht vollstellig aufgeben. Einer von euch ist sicher bereit, diese Welt für sich zu beanspruchen. Einer von euch ist würdig. Okay. Kommander, wir haben soeben den Kontakt zu einer neuen Widerstandsfraktion hergestellt, die sich selbst die Schnitter nennt. Sie sind nur schwer zu fassen, aber das hier ist ihr Hauptquartier. Wir sollten das Gebiet umgehend scannen, um die Vorteile dieser neuen Kooperation zu nutzen. Das ist also der Commander. Ja, Pünderer und Blitzangriff. Wir müssen Tönen von Ihnen und Ihrem Team gesprochen und glauben Sie mir, das passiert nicht oft. Sie alle sind hier willkommen. Ich gebe zu, ich hatte Bedenken wegen Ihrer Verbündeten, aber angeblich wurde dieser Scharmützler Mox gefangen genommen, als er einen meiner Leute beschützte. Schnitter vergessen nicht, Commander. Wir halten uns an die Abmachung. Volk, Ende. Oh, hallo, die Assassine. Der Assassine. Die Assassine. Attemptäterin. Wenn Sie nicht antreten wollen, hoffe ich, dass Sie meinem Können auch wirklich gewachsen sind. Wo war ich bei? Ah, die Rekruten holen. Berechnet neuen Kurs. Da war ich bei. Guerillataktik-Schule, einsatzbereit. Hä, wer ist das denn? Ich war auch ein Grenadier. Ja. Den muss ich jetzt praktisch noch irgendwie umbenennen. und genügend lästige Redner hätten. Jetzt laufen auch noch diese Außerwelten herum und halten uns Tag und Nacht Predigten. Oh ja. Das, wir nerven. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie... Das fing ja... Commander, um den Zweck des Chips herauszufinden, den wir Ihnen entnommen haben, müssen wir die entsprechende Forschung so schnell wie möglich durchführen. Oh, ein Durchbruch. Unsere Wissenschaftler werden sofort loslegen, Commander. Commander, wir können nun versuchen, den Kontakt zu lokalen Widerstandsgruppen auf der ganzen Welt... Ja, ich werde aber erst mal das hier holen. Wenn wir ausreichend Informationen für einen Kontakt gesammelt haben, müssen wir das Zielgebiet nach dem Signal der Widerstandskämpfer scannen. Ah, da gehört. Beklagen Sie diese Niederlage nicht. Ihre kläglichen Truppen hatten kaum eine Chance. Sie sind eine Kriegerin meines Formats. Nachdem wir die Informationskosten zur Herstellung des Kontakts beglichen haben, müssen wir die Region ein paar Tage lang scannen, um die Widerstands... Ja, das müssen wir. Oh ja. Das kommt jetzt. Das haben wir ja schon mal gesehen. Das müssen wir ja nicht normal sehen. Die Frage ist, welche Art... ...mitten in Außerweltengebiet. Es kann gut sein, dass er sich zeigt und eingreift. Darauf sollten wir uns vorbereiten. Oh ja. Das könnte... ...schwer werden. Ach so, einen Grenadier habe ich ja. Aber einen zweiten Grenadier ist auch gut. Die sind alle müde. Die sind alle müde. Die sind alle müde. Der ist die Widerstand. Sie sind alle müde. Oh ja, das könnte lustig werden. Wie müde ist er denn? Ich muss ihn mitnehmen. Ich habe anscheinend gar keine Blendgranate. Okay. Nehme ich so mit? Ich glaube, ja. Wird ein bisschen schwierig. Ja, man kann ja etwas schon angeschlagen ist, aber ich muss ihn irgendwie mitnehmen. Zwei Rekruten ist ein bisschen viel. Zumindest habe ich meinen Ranger wieder. Oh ja, das ist das übliche. Neutralisieren Sie alle Feinde. Bitte! Komm, jetzt nicht. Sie heißt das, siehne. Da hinten ist einer. Hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Ich muss mich beeilen. Verschwinden Sie hier! Ich bin unterwegs. Na, wo packe ich ihn hin? Los, 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 los! Feuerschutz! Advent hat scheinbar damit begonnen, ihre sogenannten Schichter in den Kampf zu schicken. Ihre Implantate steigern ihre latent vorhandenen Psy-Kräfte enorm. Ich bin schon angesengt! Wechsle Position! Wechsle Position! Ich bin schon angesengt! 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 Komm mal ein bisschen näher. Da kommt noch, ob ich treffe. Nein. Am Ziel vorbeigeschossen. Ich bin schon unterwegs. Na los, zeigt euch. Einer ist weg. Ah, daneben. Kein Treffer. Viel steht noch. Ja genau, schließ den ab. Reicht eine Granate bis dahin? Oh ja. Ja. Ha, weg ist er. Erledigt. Verstanden. Bin unterwegs. Bin dabei. Okay, das wird langsam ein bisschen knackig. Zeit für Konzentration. Bin auf dem Weg. Das Problem ist, jeder davon könnte, der... in Ordnung. Verstanden. Rückab. Auf dem Weg. Kein Gebiet. Kein Gebiet. Hallöchen. Na, daneben. Fehlschuss. Kommt her. Oh nein. Okay, das ist nicht gut. Begebe mich zum Ziel. Werfe Granate. Begebe mich zum Ziel. So. Bitte triff. Begebe mich zum Ziel. Was? Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Die Waffe verschlingt meine Munition. Mein Leben liegt in ihren Händen. Natürlich ist es der. Wir hatten bereits Gerüchte über Gestaltwandler gehört. Das sind sie wohl. Eine bemerkenswerte Spezies. Wenn wir sie nur festhalten könnten. Denken wir nicht mal darüber nach. Ich benötige Nachschub. Die Position bestätigt. Sechs Schaden Okay, ihr macht nur das Oh, daneben Danke Der Typ, der nervt schon Aua Du rettest bei den Nächsten Das unausweichliche Schicksal der Aliens Mir ist die Munition ausgegangen Ich muss mich zusammenreißen Das Wechsle Position Negativ, Waffe ist leer So, Zombie ist weg Oh, daneben Daneben Jetzt hat er getroffen Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander Wir müssen die Menschen hier rausbringen In Windeseile Der Gestank von Advents Ist unverkennbar Alles im grünen Bereich Auf geht's Auf geht's So, weg mit dem da Ziel neutralisiert Munition Die Techniker werden das lieben Wo wir standen Geh, da ist wegsäbren wo ich gebraucht werde. Status bestätigt. Zivilist in Sicherheit. Jetzt heißt es warten. Zivilist in Sicherheit. Zivilist in Sicherheit. Zivilist in Sicherheit. Er muss nachladen. Gut. Oh, daneben. Schwerer Beschuss in dieser Zone. Ah, sie haben mich erwischt. Danke, nur drei Schaden. Berserker. Wir haben unseren Soldaten viel zugeholtet. Das zu verarbeiten wird etwas Zeit brauchen. Schwerer. 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 Bitte trifft. Ich muss mich verrechnet haben. Hm. schon unterwegs nein wieso kannst du nie treffen und der kriegt nur zwei Schaden nur zwei oh das ist gut okay der ist tot okay das ist jetzt auf jeden Fall machbar geworden und weg ist er das ist erledigt Wechsler Position Diesen Verlust wird niemand beklagen Manus 1-5, Status bestätigt, wir orten keine weiteren Kontakte mehr Das Einsatzgebiet ist gesichert Natürlich musste der eine genau Der Gesichtslose sein Das musste ja so sein Auch wenn unsere Friedenshüter heute in einen Hinterhalt radikaler Elemente gerieten Muss ihr Werk weitergehen Wir werden nicht ruhen, bis die Wildnis jenseits unserer Grenzen befriedet ist Und unsere Welt sowie unser Volk in Sicherheit sind Manchmal haben sich die Gegner aber ganz komisch verhalten Aber danke für die Dass sie manchmal nicht getroffen haben, war richtig Na, nervig Aber dass die Gegner manchmal nicht richtig getroffen haben Obwohl sie Obwohl sie flankiert haben Das ist gut 12 Tage, 8 Tage Okay Kameradschaft? Oh ja Zerfelsen Also Standard-Kampfintelligenz Oh, der ist ein Genie Oh 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 ja Das nehme ich auf jeden Fall mit Mehr Lade habe ich gekriegt Er schüttert Beeinträchtigt dies ihre taktische Effektivität Wir sollten ihnen nach Möglichkeit ein paar Tage freigeben Kommander Der tägliche Kampf gegen Aliens ist keine leichte Aufgabe Und irgendwann macht sich die Belastung auf verschiedene Arten bemerkbar Wir sollten alle Arten beobachten und ihre Bedürfnisse berücksichtigen Das ist auf jeden Fall sehr wichtig Daran denken, dass diese Nachteile immer passieren können Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut Und bis zum nächsten Part Das ist In dem